. Ich habe noch nichts mit und ich habe noch nichts genommen, also ich habe noch eine Woche und ich habe noch einen Boden gehabt, da muss ich nicht wegfallen, ja. Gut, ich hätte eigentlich nicht mehr los von heute oder morgen kommen, ich habe gesagt, es ist dauernd auf den Boden, aber es ist maximal, es ist dauernd wieder, es ist dauernd kurz zu weit, Ausdruck auf jemanden. Puh, was ist jetzt immer so? Was ist immer so? Was ist immer so? Alter Schwede! Warum bin ich auf so einem Teppich so drüber? Ah! 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 Boah, das war grenzwertig, ich habe das gesehen. Los, also dass der Schuss! Ja, geht es dir schon. Ich habe hier oben. Peter.